und das muss ich mir ändern dass sie die level wenig langsamer bekommt viel zu schnell so haben wir hier ein safe state an boss daher sein boss oder wir machen jetzt ein safe state so verdammt ja super auch du sollst ihn noch nicht das klappt ja auch sehr gut ne ja das klappt auch sehr gut ja super das klappt sehr gut nicht ich hasse solche boss kämpfe alter ich hasse solche postkämpfe junge gehen wir nicht auf den keks das klappt sehr gut ne ich finde es klappt sehr gut kommt schon kommt schon wenn ich dumm ja der ist auch viel zu schnell nein ich renne sie ohne anbosses beruf alter kommt schon ja geht doch alter das war als fehl nee super aber der boss ist einer der schwersten im spiel ja war wie es gab es natürlich nicht weiß aber warum der eine der schwersten ist ja geht doch einfach nur mal zwei ja nicht mich selber treffen knapp ja geht doch geht doch geht doch meine frasse geht doch normalen laufen dass man den sehr gut ob es ja geschafft das fertig dann würde ich sagen wir haben schon noch anderthalb stunden was ich jetzt habe ich jetzt eigentlich das hier habe ich nicht fünf minuten zehn minuten habe ich jetzt habe ich noch gebraucht was soll es eine stunde mache hier erst mal ein self state und würde ich sagen noch was anderes noch in einem stündchen ja ich habe mich also dann jetzt gespielt nur eine stunde oder aber was soll es das heißt ein tz bitte oder meinst du gz ich glaube du meinst gz kann das sein so sowohl das da war und ich weiß nicht starbond habe ich sowieso glaube ich auch nicht in der liste drin eigentlich spielen oder so und dann noch ein bisschen starboard eine stunde einfach so ich spiele es noch nur noch eine halbe stunde kong kong kreis spiele ich jetzt noch mal bestimmte usw und dann werde ich starboard spielen kannst du das mal ändern bitte markus also mit dem schritt befehlen habe ich ja geschrieben dass du irgendeinen titel einfallen lassen der german kannst du halt dran klatschen und kopieren oder so dann spielen wir es noch ein bisschen so wie die aus würde ich sagen das heißt ja nicht aus und daher wenn aus bin ich dabei dann bin ich aber aus dem stream raus und muss nicht sein du kannst nur noch zu gucken ich muss ja nicht mitspielen sondern damit sein das ist ja immer nur eine halbe stunde von daher dann ändere das mal bitte eben im stream also in einem titel zu hinter den titel und so eine halbe stunde musst du nicht extra jetzt hier multiple anschmeißen aus das müssen wir sein das ist blöd sind so ich bin doch eh nur die die einfachen maps jetzt von daher so der fülle zu so der versicherung zu einem rücken 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 mitspielen ja ja warte ich so ich jetzt wahrscheinlich sowieso sowas zu fällen habe ich glaube ich ne neue maps weil ich werde es nur noch welche die ich nicht mehr gespielt habe ich habe schon ja du kannst mir auch gerne gibt es von angel hart ich glaube ich muss nach dem liednamen gucken angel hart Wie heißt denn das Lied? Ich weiß noch nicht, dass es da was gibt, aber... ...eine Lied ist so gut hier. Ending vielleicht? Nichts genauerweise. Nee, auch nicht. Gibt's nett. Ähm, was haben wir denn noch? Ja nicht, die hatte ich ja schon. Äh, keine Ahnung. Ich finde, wir wollen doch alle durchgehen. Weißt du was, machen wir es einfach so. Äh... ...weiß nicht, ich halte... ...äh... ...äh... ...und ich schoen die Zeiten suchen nach Dicke. Das kann da also nicht so viel sein. Ich bin mir gar nicht gefallen von diesen Maps oder so. Ich weiß ja nicht, welchen an dem ich... ...nehmen könnte da. ...und deshalb habe ich nicht mehr drin gesteckt. Ich bin geated. Wir haben eine Anna. Aber gar nicht ist es. Ähm... ...miss im Netz. ...matz... ...matzki. Ich will nicht, dass er Matski da drin sein wird. Ähm... ...matz... ...ki... ...kastiki. ... ...äh, natürlich nicht. Oder doch! ...matzki... ...nein, wenn ich es nicht gern hinzu. So, sympathiert jetzt. Aber, kein... ...amnesia. als übungs rein posten dann erkennt die automatisch ich suche auch gerade ich überlege selber gerade aber was hat mein Animes, was habe ich denn da alles drin bin ich denn noch eingeloggt ich habe mir den nicht eingeloggt mit innen und was wird das nicht gekriegt und weiter einfach nichts und Animes Ehh... 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 So, kapiteles habe ich die noch. Komplietet. Ehh... Ehh... 8 Channel. Das war das nochmal vom Anime. Vielleicht hat es noch... 8 Channel. Ehh... Ehh... Warte, ist der Anime? Ja, ok. Ich erinnere mich. Oh, da muss er. Ehh... Ehh... So, ich müsste mir echt mal... Ehh... Müsste mir echt mal die Dingens kaufen, dafür den... Ehh... Den... Kram. So, was haben wir denn? AR4 nur. Du Scheiße. Das AR5... Na gut. Immer mal das. Das muss ich noch erst mal einspielen. Weil ich ganze Zeit lang nicht gespielt habe. Das kann ich eigentlich mal löschen. Weil... Ähm... Das spiele ich eh nicht. So wie sie. Mal gucken. Das sind wie die Map ist. Ähh... Markus. Moment. Ein Moment. Ich will Pause. Danke. Du kannst auch einfach... Ähm... Du musst das nicht... Ähh... Du kannst einfach den Link von dem Ding ans reinposten. Ozu... Ähh... Erstens... Du bist sowieso dafür nicht belangt. Die Ding ist ja eh erlaubt. Und Miku erkennt das dann automatisch. Wenn du einen Ozu-Link reinmachst. Und daher... Was nicht grobiert sind. Grüß! aus aus dem Fall nicht voll vergessen Spannout reinzumachen ist es tut Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.